Jeder hat etwas, für das er wirklich gemacht ist. Wir fahren fort mit Malu, dessen Bilder in Nachbarschaft zu Hamburg hängen. Wir haben im Vorfeld ein bisschen gesprochen über deine Arbeit und über deine Intention in Künstlerisch zu schaffen. Du malst ja nicht nur, sondern bist auch Musiker. Und für dich, so wie ich das verstanden habe, ich fasse es mal zusammen, ist das sehr stark mit Passion verbunden, mit ganz starkem Willen zum Selbstausdruck, ein ganz starkes Verlangen mit allem, was da in dir drinnen ist, hinaus zu gehen. Mit welchem Medium geht es dir denn da besser oder was fällt dir leicht, der Malerei oder mit der Musik? Es ist beides an sich gleich leicht, nur bin ich bei der Malerei einfach schon weiter. Als kleines Kind war es das Zeichnen, noch nicht das Malen, aber ganz stark das Zeichnen. In der Jugend ist dann so ab 16 das Gitarrespielen dazu gekommen und dann wollte ich eigentlich der Walker werden. Dann ist irgendwann einmal doch der Maler die Künstler zum Ausdruck gekommen, seit 10 Jahren. Da bin ich schon sehr glücklich mit dem Weg, den ich eingeschlagen habe, habe das in letzter Zeit auch intensiviert und verstärkt. Die Musik, die kommt jetzt wieder und mein Ziel ist eigentlich, das Ganze dann auf eine ganz eigene Art miteinander zu verweben, sodass beispielsweise ein Lied zu einem Bild entsteht oder umgekehrt. Und dass ich das dann auch als Gesamtheit präsentiere. Ob ich das live mache oder in Form von Videoclips, wie auch immer, das wird vieles möglich sein. Aber mir ist es ganz wichtig, dass ich damit auch ein Beispiel geben kann für so viele von uns, weil jeder hat von uns Talente und Begabungen. Die sind wirklich in die Wiege gelegt. Ich glaube, daran zweifelt niemand. Viele zweifeln aber, ob sie das selber haben. Und ich kann sagen, jeder hat das. Mindestens eins. Und das muss nicht immer etwas Künstlerisches sein. Das kann ganz anders sein. Das kann etwas Soziales sein. Jeder hat etwas, für das er wirklich gemacht ist. Und manche haben mehrere. Und es ist egal, wie alt ich bin oder wie jung ich bin, wie krank oder gesund ich bin, ich kann das jederzeit noch entwickeln. Und das irgendwo in den Dienst der Menschheit steht. Das heißt, ich kann mich selbst daran freuen, aber wenn ich einem anderen Menschen damit Freude machen kann, ob das in der Familie ist, im Freundeskreis oder ob ich wirklich hinaus will in die Welt, das ist es eigentlich, was uns glücklich macht. Denjenigen selbst und alle anderen auch. Ich glaube, jeder hat einfach mit seinen Talente, die mitgegeben werden, eine ganz wichtige Rolle in der Gesellschaft, in der ganzen Gefüge. Wir sind hier ein riesengroßes Puzzle. Man muss sich trauen. Man muss sich einmal trauen, das wahrzunehmen, das sich selber zu spüren. Vielleicht braucht man Zeit. Aber dann ist es halt gut, wenn man nach außen geht. Danke. Danke. Malo. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020